What's up everybody, herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video. Das Thema des Videos ist einmal Let's Retro, wie geht's weiter und was habe ich bisher gefeilt und dann noch, was ich bald noch hochladen werde. Also erstmal zu Let's Retro, ich habe ja jetzt schon einen der zwei Teile Bionic Heroes hochgeladen, wo ich leicht gefeilt hatte und das Headset vor meiner Nase hatte, weswegen ich die ganze Zeit rumgeschnauft habe, was nicht allzu schön klingt im Endeffekt. Und ja, des Weiteren werde ich halt bald noch ein paar Spiele spielen von Let's Retro, SimCity 4, Lego Rock Raiders, doch mal eine Runde Bionic Heroes, ja, alle möglichen Lego-Spiele oder Herr der Ringe. Ja, und dann wäre noch was, was ich anmerken möchte zu League of Legends. Da kommt morgen wieder eine Runde. Wahrscheinlich werde ich Rain oder Ogurt, Bot als Carry spielen, vielleicht aber auch nicht, ich gehe nur so davon aus. Ja, das werden wir sehen. Und das war's dann jetzt eigentlich auch mit diesem Info-Video. Bis zum nächsten Mal. Tschö.